ja heute ich bin sie da mal kurz vorhanden würde vorjahre ich bin alle der pf 4 auf dem grünen gipfel oberungen auf dc kino weising und um hier starten los wie sind pionier mit er ist ein 20 erneuern netwerkzeug rpg und der grünen peck das ist ja die spielenden und ich fleck klinik so doch gebt gebt we have just taken control of objective one stop Oh Gott. Er hat wohl kein Damage bekommen, der Pisser oder was. Ja, genau. Oh, leck's. Oh, Mann. Ich hab' zu dritt, ey. Pisser. Das sind einfach irgendwie alle oder so von denen. Ich weiß nicht. Wie kommst du vor? Alter. Oh Gott. Warte! Weil das nicht vertag wird. Überhaupt nicht. Sieht man ja. Ich kann nur nicht spielen. Oh Mann. 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 Also ich bin doch eine... laufende Zwiescheibe oder wie? ich verstehe es ist heute so krass ich egal wo ich bin ich werde gesehen und abgeballert heute vor mir fünf Leute sind der vor uns steht der Tügel nicht so kommen als sicherlich ist er auch das hat im Moment 3 3 ja es ist es ist es ist aber wieder geht wieder es ist nur ein bilder aber es ist es ist es ist es ist es ist es ist doch es steht so offen da und keiner greift ihn an am Mann er ist nur alt oder Partei ich bin ich heute heute auch schnell ist der Aufmerksamkeit ich habe keinen einzigen Schuss getroffen wer mich denn verarschen Oh Mann, Alter. Was ist das, ey? Hört doch bitte auf, mich zu Elgan, ey. Einmal, ey. Das ist der übelste Scheiß-Runde wiederum. Also heute, ne. Heute geht gar nichts. Heute geht gar nichts. Das ist nur Verzweiflung. Nur tot und tot und tot und tot. Hey, meine Fresse, Mann. Das ist doch scheiße, ey. Ich muss echt holen. Ich hasse es. Ich war so kurz davor zu sagen, ne, yo, heute kommt kein B-4, Mann, weil ich kein Bock an auf das Scheiß. Game, Alter. No, ne, witz. Was ist er heute? Ne, geht gar nichts. Heute geht gar nichts. Was ist das, ey? Das Team kann ich auch noch so richtig haben, ey, Jesus. Danach zeig ich Planets halt. Und wenn halt, wenn das auch nicht läuft, ne, also normal läuft zumindest, dann, ne. Dann ist der Tag noch immer. Warum ist denn dann plötzlich hinter mir dieser Fakale, ey? Oder hella pekulär, ist der? Dritten Mal, oder so hat er mich gekillt? Zweiten Mal. Boah. Piss. Boah. Piss. oh nein ich packe es ich habe ein bisschen handy gekippt, weil mein rechtes Tor ist ein bisschen taub, oder? oder die letzten tage also wie ich jetzt wäre ich jetzt schlechter recht, neuer jetzt ich habe eine Kielschweige ich habe eine Kielschweige und ich habe eine Kielschweige die Kielschweige Nichts mehr... 19... Okay... Lol... Okay... Läuft er hin... Ein Schatzkopf... Was ist die? Es ist eine... Wir sind direkt gegen den Tunnel! Aftal missile inbound. Gets cover! Gets cover! Wir sind jetzt die... Wolle die Hände! Wolle die Hände! Wolle die Hände! Wolle die Hände! P90, Alter, wieviel Schuss hat denn der, ey? Was gibt's denn hier, ey, man? Ne, jetzt alle zu gehen. Ich geh da nicht hin. Ich finde sie uns hat stört. Oh mein Gott. Ah, Mann! Haben wir dich denn wieder gesehen, Alter? Ist doch scheiße. Ich geh da. Oh mein Gott, was hier? Ich geh da! Oh, Alter. Ja, ich bin Schuss. Information. Die Entschuldigung Ich habe den... Oh mein Gott, ich muss es sehen. Das ist gut gegangen. Wir hören das Feld von hinten auf. Der Lappen, ey, meine Füße. Da war andere Lappen. Ein schlechter Lappen. Hässlich, ey. Das ist eine Maschinen-Gunne, in die Ecke zu sehen! Okay, PFI, wir haben einen Objektiv-Echo. jetzt kommen sie alle jetzt kommen sie alle werden wer alles um die beteiligen über 80 aber er schon erwähnt zu bei meinen bildern ein Fazit bis auf aus es bett hat noch daran er ist ein geiles Spiel Wie gesagt, nur das ist überhaupt nicht so, weil, was war das immer, weil, was zu langweilig ist oder genau das gleiche ist, was ich, äh, überhaupt nicht so finde, weil, es ist ganz einfach, spielerisch ist anders, ähm, die ganze Spielstil ist halt, das ist, äh, gut gemacht, also, es ist gelungen, die Beta, also, ich finde das Spiel geil, viele auch, ja, ich bin halt nun ein, äh, ein Battlefield-Fanboy, wenn man das sagen will, äh, aber, wenn ich zum Beispiel für Halt ein Scheiße gefunden hätte, das bin ich gekauft, kann sein, das ist, äh, ganz klar, weil, wenn ich das Spiel richtig scheiße finde, tausend ist nicht, ich bin bei COD, ich finde, COD auch nicht so geil, und kaufen wir jetzt nicht, gleich leicht aus, oder, ja, ich kauf's halt sehr billig an Freund von Freunden knapp, mal, und mit Freunden zu zocken, dann, und per Lahn und so, und, wüsste, schon halte Zeiten, und, äh, mehr auch nicht, äh, ich zeig dir eigentlich mehr Battlefield, 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 das, äh, passt, äh, passt, äh, Da Moment, ich weiß nicht, nicht immer hier, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Was ist denn? Was ist denn? Oh! Ich glaube, das wird gutes Spiel. Ich glaube, das wird gutes Spiel. Es wird auf jeden Fall nicht so fame, würde ich jetzt sagen, oder nicht so verkaufs... Ding schlagen, sondern... Es wird gering, also, es wird jetzt nicht viele kaufen, aber es reicht, würde ich sagen. Ich feier das Spiel. Ihr könnt auch mal hin, um einmal hinzuschreiben, wie ihr das Spiel haltet, oder die Beta gehalten habt. Aber... Da ist ein enemy Machine Gunner. Just do west of where you are. Oh, das ist wieder ein Messer. Boah, jetzt ist er neben mir... Scheiße. Naja. Oh Gott, eben so schlecht. Gott hat mehr Verordnungen. Ich hasse es bei B4. Ich hasse es nicht bei B4. Nein, aber ich hasse sie B4. Das ist... sehr logisch. Oh Mann, der sieht mich, warum der... Oh Mann, ich hab so Pech, ne, ich hab schon wieder ein Pech. Pechzeit, ich sterbe ihn nur. Ehh, hastig eh. Ich glaube, das Spiel wird gelingen. Die Spiele, die ist halt cool. Ihr könnt ja eure Meinung zum Baby-Fadline ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Oh Gott, jetzt kommt der nicht hoch. Bist du schon mit dem Laden? Das ist schlecht gewesen. Ähm. Bulldog. Ah, guck. Viermal sind sie hier mit der F. Okay. Oh, es war ein Fehler. Es war ein Fehler. Es war ein Fehler! Ah! Oh, ein großer Fehler. Nicht das Schild. Nicht das Spiel. Moin. Keine. Sie sind in der Bühne, zuerst von der Location. Netzwerk ist zurückgegangen. System ist auf. Wunder! Sie sind in der Bühne! Zuerst von der Position. Hey, E-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H! Der Team ist echt gut geworden. Warte, Alter. Du getroffen bin ich. Ich denke, dass BD5 mehr offensiver geht als BD5. Denk ich, weil es ja BD5 ist ziemlich defensiv. Ich weiß nicht, ich habe keine Informationen von dem Insider. Ich kenne mich mal. Weil er da ist. Ich kann eine gute Runde mal. Was ist denn da los? Dass... Sotten aufnahme. Pech und dann auftritt Glück oder was. Es ist eh... Na, es. Ja, wenn das rauskommt ist auch... und hat ihn auskommt und zum unterhalten das ist das nur durch die Jürgen zweiter um 247 sehr gut für mich um Tocke noch richtig um Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns als nächstes mal zu einer weiteren Folge von Belft 4, Momtower, Minecraft, Planzeit oder auch irgendwas anderes und ich sage dann bis denn und ciao.